Konzentration! AP-Buff Ich hab gebufft Bait Guck gleich mal, wann er auf die Gildenbank kam Wie gesagt, ich hab gebufft Guck gleich Guck gleich Guck gleich Guck gleich marco ich zeig das nicht warum manchmal so viele kommen und nur so wenig du konntest jetzt alle klären und ich noch eine op über kommt jetzt kommt scheiße diesmal hier kann noch kommen und hier gleich hier gleich vorsicht hier vorne ich komme ein trick ja ich häng zwischen zwei ich sammel gerade noch kugeln nicht hier warte ja muss den mürer rausfahren nice kugel geskippt wieder cds noch mal raufhauen auf meinen dunkel und beam nicht zu früh klicken leute genau deshalb jetzt gleich kommt der beam jetzt ganz brein gleich kommt der beam jetzt um drauf gleich kommt der beam jetzt rein für kratzen vorsicht vorsicht nicht kugel kommt noch und dann bait schreck zu hoffen jetzt die können zackuri zieht vielleicht als erster und nach der jenny jetzt bitte ich hab die ich wollte eckes tun bitte die sie sollten nicht mehr kommen ok gut infekt mark holt arlo daraus hier vorsicht mich oh du interessiert klar die ich meine wer mit nem cd in den schier läuft ja das würde gehen das deck kriegt man halt trotzdem als nächstes ist dann marco ist noch gar nicht mehr das war das letzte ad sakuri hat gleich trank das war nicht die phase aber grün ist wieder alles voll geschissen ihn kommt gleich der schweinschkirch jetzt ihm ab jetzt ganz bringen mich sehr schön obendrauf geben kommt gleich jetzt das ist ja okay position hatte jetzt der steht hier direkt vorne das ist ein scheißer als erstes sie jenny Bitte ziehen. Oh, geht mal weg hier. Vier Stern. Keine Frage raus. Weg. Ich zieh. Tokus das Ed. Nicht dran. Komm nicht dran. Komm, mich nicht länger. Als nächstes Lucy nochmal. Zieh gleich, Vorsicht. Zieh ruhig. Läuft. also da hinten bei was ist das anringen gleich haben ich zieh auch gleich ich habe in 20 mein cd ist ok dann zieh du als nächstes ich habe gleich cd leute ich bin mal spirit musical jetzt ist beden nicht alle nice und jetzt nur noch den boss aluda bei grün mit dem rune noch vernünftig raus laufen gleich hatte noch jesus abziehen wir haben kein cd mehr easy kill lass drin lass drin nicht rausholen ja ist ja schön yes nice geil easy fucking easy nice sehr schön easy war es jetzt nicht gut gespielt den ganzen schönes ding alter